Heute Abend ist Patrice bei uns zu Gast, bei Dussmann das Kulturkaufhaus. Er stellt sein neues Album One vor, was heute auch erscheint. Also es ist eine richtige brandneue Sache, die heute morgen angeliefert wurde. Er spielt Songs aus dem Album und wird ein bisschen reden und erzählen, wie es zum Album gekommen ist. Gibt es einen Song, von dem du sagen würdest, der steht tatsächlich für das ganze Album? Ich denke, der Opener, The Maker ist schon sehr repräsentativ für die Atmosphäre, die man finden wird. Es wurde das erste Mal mit Orchester gearbeitet, streichern und das so im Kontrast gekreuzt mit schwarzer Musik im Sinne von rhythmischer Musik. Der ist schon sehr exemplarisch, auch textlich und so habe ich mich sehr in mich gegangen, was den Song angeht. Ich kann ihn mir sehr oft anhören und ich muss ihn mir sehr sehr oft anhören und ich kann ihn immer noch gut hören. Musik 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 Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no pants, ain't got no sweater, ain't got no tickets, ain't got no token, ain't got no love. Ain't got no weather, ain't got no color, ain't got no bother, ain't got no faith, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no tickets, ain't got no token, ain't got no love. Das ist ja heute sozusagen der Launch meiner neuen Platte, der sehr bedeutsam ist für mich, weil ich habe halt sehr lange daran gearbeitet und war jetzt in den letzten Tagen auch so ein bisschen melancholisch, weil ich hatte das Gefühl, oh Gott, ich lasse jetzt mein Kind sozusagen raus in die Welt, in die kalte, böse Welt und hoffe, dass es irgendwie gut performt, aber heute hat es mir ein gutes Gefühl gegeben, das zu tun. Zusammen. Untertitelung. BR 2018